Hallo und herzlich willkommen zum CISO Summit der Kalenderwoche 24. Diese Woche mit den Angriffen gegen Exim, der Keysteel-Schwachstelle und den Patches von SAP. Ja, hallo und willkommen zurück. Ich bin Alexander Dörsam. Wir haben uns jetzt mal eine Zeit lang nicht gemeldet mit den Videos. Das liegt daran, dass die Angreifer scheinbar ihre Kassen voll machen für die Sommerurlaube. Also es gibt sehr, sehr viele Angriffe zurzeit. Und anfangen möchte ich gerne mit dem Punkt Exim diese Woche. Und zwar hat das CERT des Bundes vom BSI eine Meldung rausgegeben, was Exim angeht, den Mail-Server. Da scheint es aus der Ferne relativ einfach zu sein, einen Code auszuführen, der dann auf der Maschine mit Routrechten läuft. Und da müssen wir jetzt halt eben aufpassen, weil das betrifft ziemlich alle Exim-Versionen. Sie finden in der Videobeschreibung Details dazu. Und bei Exim ist es halt eben so, das benutzen natürlich viele, die halt aus dem Linux-Bereich kommen, aber auch viele Gateways und Firewalls haben den Exim implizit drin. Und das ist ein bisschen schwierig, weil da ist halt die Frage, nutzen die tatsächlich direkt den Exim und die Exim-Patches oder haben die irgendwelche Backport-Sachen drin? Da haben wir ganz unterschiedliche Erfahrungen gerade bei Firewall-Herstellern gemacht, die dann halt eben Versionen von Exim einsetzen, die die selbst irgendwie gepatcht haben. Hier sollten Sie jetzt wirklich rausfinden, was für eine Exim-Version läuft denn bei Ihnen? Ist die angreifbar auf diese Schwachstelle? Und dann halt auch zusehen, dass Sie das gepatcht bekommen, beziehungsweise, dass Ihr Hersteller diese Lücke schließt. Es ist ja bereits vor einiger Zeit rausgekommen, dass es einen Angriff gegen die Schlüsselbundverwaltung vom Mac gibt. Da sind Schwachstellen bekannt geworden und es war halt eben auch klar, welche Implikationen das hat. Dazu haben wir auch ein Video gemacht, das Ganze lief unter dem Begriff Keysteal. Jetzt ist es so, dass es auch das dazugehörige Exploit im Internet gibt. Das bedeutet jetzt für uns im Feld, dass das Ausnutzen dieser Schwachstelle im Feld gegen die Schlüsselbundverwaltung vom Mac eben passieren wird. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, eigentlich nur die Betriebsthemen hochzuziehen. Auch da sehen Sie in der Beschreibung vom Video weiterführende Informationen. Wenn Sie halt ganz alte Versionen von Mac einsetzen, gibt es dafür Workarounds. Auch das verlinken wir in der Beschreibung. Aber jetzt ist wirklich akuter Handlungsbedarf. Das Exploit ist draußen und damit ist der Angriffsalon fähig geworden. Auch super wichtig diese Woche sind die Patches von SAP. Es sind mehrere rausgekommen. Einige davon sind als kritisch markiert. Was dabei ein kleines bisschen auffällt, ist, dass mehrmals auch in der Vergangenheit die Chromium-Komponente vom SAP Business Client erwähnt worden ist. Wir haben hier so ein bisschen die Vermutung, dass da vielleicht sogar auch schon Brocken fliegen. Das heißt, dass da vielleicht sogar Angriffe im Feld existieren. Aufgrund jetzt der Häufigkeit, mit der auf diesen einen Patch hingewiesen wird. Also schauen Sie wirklich, dass Ihre SAP-Instanzen da härten. Auch hier haben wir wieder in der Videobeschreibung Links und weiterführende Informationen, was es da jetzt zu beachten gilt, was es zu installieren gilt. Und wie immer, und das gilt auch für die anderen beiden Themen, patchen Sie klug. Also schauen Sie, dass wirklich beim Patchen klar ist, welches Risiko geht vom Patch aus, welches Risiko soll der Patch verhindern und balancieren Sie das aus. Also blindes Patchen ist genauso gefährlich, wie überhaupt nicht zu patchen. Also achten Sie da bitte darauf, dass Sie klug patchen, dass Sie gegebenenfalls Tests fahren und dass Sie wirklich auch bei den weiterführenden Informationen, die wir an dieses Video dranhängen, nachlesen, welche Fallstricke dieser Patch haben kann. Und dann handeln Sie, nachdem Sie sich informiert haben. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie doch bitte einen Daumen hoch da und abonnieren Sie unseren Kanal, falls Sie das noch nicht gemacht haben. Und dann werden Sie auch nächste Woche informiert, wenn es ein neues Video gibt. Vielen Dank.